Was heute sonst noch wichtig ist, Alexandra Nöbauer hat es für uns im Nachrichtenüberblick zusammengefasst. Nach dem Rücktritt von FPÖ-Chef Norbert Hofer tagt heute das blaue Parteipräsidium. Dort sollen die Weichen für die Zukunft der Partei gestellt werden. Und möglicherweise auch für einen neuen Chef an der Spitze. Die Zeichen stehen für Klubobmann Herbert Kickl, der heute vom Präsidium zum designierten Obmann gewählt werden könnte. Die finale Entscheidung wird dann auf einem Parteitag getroffen. Ab Juli soll es zwei Modelle zur Kurzarbeit geben. Eine Corona-Kurzarbeit für besonders von der Pandemie betroffene Bereiche, wie die Stadthotellerie und die Luftfahrt, und eine reguläre Kurzarbeitsform für die übrigen Branchen. Das teilt Arbeitsminister Martin Kocher heute im Zuge einer Pressekonferenz mit. Heute beginnt in Österreich nach einem Jahr Corona-bedingter Pause die jährliche Vienna Pride. Die Regenbogenparade am kommenden Samstag gilt als Höhepunkt der Veranstaltung. Die LGBTIQ-Gemeinschaft wirbt damit erneut für Akzeptanz und die Stärkung ihrer Rechte. Und auch heuer beim 25. Jubiläum wird die Parade andersrum über die Ringstraße ziehen, also gegen die Fahrtrichtung. Bei einem Zusammenstoß zweier Züger im Süden Pakistans kommen mehr als 30 Personen ums Leben. Weitere Opfer werden befürchtet, da die Rettungskräfte auch Stunden nach dem Unfall noch nicht zu allen Zugabteilen Zugang haben. Tödliche Zugunfälle sind in Pakistan keine Seltenheit. Die Gleise sind vor rund einem Jahrhundert verlegt und seither kaum erneuert worden. Die Gleise sind vor rund einem Jahrhundert verlegt, da die Rettungskräfte auch noch nicht zu allen.